Mein Name ist Ramut Ringele, ich gehe noch zur Schule und bin 17 Jahre alt. Also der Bub finde ich so gut sein Aussehen und seine Sprüche. Also wenn die Jury mich schlecht findet, würde ich das respektieren. Also ich singe heute von Juli die perfekte Welle, ich hoffe euch gefällt das. Kennt ihr Juli? Ja. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Lass dich einfach von ihr tragen, denk am besten gar nicht nach. Also weil es war sehr, 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 sehr schlecht. Raimund. Der macht nicht so ein Theater, der jetzt. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt Theater war und wie viel da echt war. Kannst du denn nochmal hinter ihm hergehen und sagen 3 Nein? Er hat ja die Werbung noch nicht mitgekriegt.